Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abführen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Führt ab. Führte ab. Hat abgeführt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich führe ab. Du führst ab. Er führt ab. Wir führen ab. Ihr führt ab. Sie führen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich führte ab. Du führtest ab. Er führte ab. Wir führten ab. Ihr führtet ab. Sie führten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeführt. Du hast abgeführt. Er hat abgeführt. Wir haben abgeführt. Ihr habt abgeführt. Sie haben abgeführt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich führe ab. Ich führe ab. Du führest ab. Er führe ab. Wir führen ab. Ihr führt ab. Sie führen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich führte ab. Du führtest ab. Er führte ab. Wir führten ab. Ihr führtet ab. Sie führten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Führe ab du. Führen ab wir. Führt ab ihr. Führen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abführen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.